Hallo Stefan. Immer willkommen im neuen Jahr. Immer noch Kinofans? Ja, auf jeden Fall. Wir haben heute Queen & Slim. Ein schwarzes Pärchen, ein Totak-Polizist, eine Flucht. Das sind die Zutaten. Und eine große Liebesgeschichte. Kommt auch noch dazu. Okay. Wir waren ziemlich begeistert von dem Film. Zu Recht? Zu Recht, auf jeden Fall. Was macht den Film so besonders aus? Also einmal ist es einfach eine superbe Qualität. Man könnte den Begriff Exzellenz brauchen. Da kann ich später noch drauf zurückkommen. Es ist ja eine Art Boni-en-Kleit-Geschichte, eine Fluchtgeschichte. Ist auch an dem orientiert. Allerdings natürlich mit einer völlig anderen Voraussetzung. Was soll ich sagen? Zur Exzellenz würde ich sagen, du musst nur schon mal die Exposition des Filmes anschauen, wie die Figuren eingeführt werden, wie sie vorgestellt werden. Die sollen ein paar werden, wenn man weiß, dass sie nachher eins werden. Der treuherzige Daniel, wie heißt er, Kalia und die Strenge, die so spröde Judy, wie heißt die noch mehr? Ah, sie ist sie. Turner Smith. Ja. Genau. Es gibt eine Sache bei dem Film, also es ist alles großartig, super, es ist fast lehrbuchhaft, würde ich sagen, gemacht, der Film. Er ist ja auch ein Votum eigentlich für eine Gruppe von Menschen. Weil die Hauptfiguren sind Afroamerikaner. Genau. Das ist wiederum eine ungewöhnliche Perspektive. Für die nicht. Für die nicht, aber für uns. Aber es ist ein Votum, ein politischer Film in dem Sinn. Und so ein Votum hat auch einen Adressaten und das ist dann für mich das Problem. Wer ist der Adressat? Das sind die amerikanische Justiz, das sind die weißen Cops, das ist auch Teil der weißen Politik. Und wie begründen sie das Votum? Die möchten ja ernst genommen werden. Ich würde das eher so bezeichnen, sie wachen auf und lassen sich nicht mehr aufhalten. Genau, das kann man so sagen. Ich habe in einem Gespräch gesehen, dass die Autorin Lena Waid, die hat gesagt, wir Schwarze, also es geht hier um Betrachtung der aktuellen Zustände in Amerika. Wir Schwarze, und wenn wir einen Film machen, müssen wir besonders gut sein. Und der Film ist wirklich besonders gut gemacht. Nur frage ich mich, wird das die Adressaten des Filmes, wird das die beeindrucken? Wenn die in so einem spannenden, wahnsinnig Liebesgeschichte ist das ja auch, Film machen. Ja, also eigentlich das Thema ist ein Verbrechen und die Flucht. Aber viele in dem Film, die am Rande stehen sozusagen, die das Pärchen begleiten, sie unterstützen sie. Wir sympathisieren auch mit den Figuren, obwohl sie an sich... Ja, es gibt aber beides. Also sie zeichnen ja die Figuren durch den Film. Es gibt sowohl gute, weisse, böse, weisse, gute, schwarze, böse, schwarze. Das ist sehr gut ausgeglichen, ja. Und das, genau, das muss man vielleicht noch sagen, der Anfang nach, es ist ein Blind Day zwischen den beiden Personen. Also es ist wirklich der Wahnsinn, wie das schon erzählt wird, wie sie sich treffen. Und es kommt halt dann zu einem Crash, wo dann die Situation mit einem weißen Polizisten eskaliert und er liegt dann am Schluss tot da. Und das ist dann der Anlass für diese sechstägige Reise in Richtung Florida. Wobei auch schöne Landschaftsaufnahmen noch und atmosphärische Aufnahmen stattfindet. Und Sklavenarbeit am Rande auch immer noch. Genau, genau, genau. Also wird sehr, sehr genau auch beobachtet. Also ich finde den sehr eindrücklich, den Film. Ja, und die Liebesgeschichte auch. Ja. Jetzt müssen wir hier mal, weil wir haben ja normalerweise, ist das nicht unser Thema, Rassismus, Schwarz-Weiß. Bei uns ist immer der White Shot der Good Shot und der Black Shot der Bad Shot. Also ich würde sagen, wir machen hier mal eine Umwertung der Werte. Und diesmal ist der Black Shot der Good Shot, nicht? Wollen wir auf den anstoßen? Sehr gerne. Ja? Ja. Auf Queen and Slim. Genau. Ja, darfst du auch. Achso, sollen wir noch einen Schluck nehmen? Ein absolut sehenswerter Film. Wunderbar. 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 Wunderbar.